Hallo und herzlich willkommen zu Bärenjagd. Ich hab keine Ahnung. Wo sind die Skuren? Die Skuren sind weg. Da sind sie wieder. Die Bären tatzen. Ich glaub da ist der Speer besser. Da läuft schon wer. Guck mal da unten. Was ist denn das da? Auf der Karte das Rote. Hier sind Bärentatzen. Das sind Wölfe. Weiß nicht, ob die mir was tun. Die hauen ab. Ohne Bestie stelle ich mir das ganz schön schwer vor hier. Da wurde gejagt. Ich beeige mich mal. Da ist irgendwas. Da hat er was erlegt. Guck mal da hinten ist ganz rot. Doll dick und fett. Checkpoint. Hier ist Meister Petz irgendwo. Da ist wieder ein Wolf. Das qualmt noch richtig das Fleisch. Das war ein hungriger Bär. Halt die gedrückt. Hält das denn länger vor? Ein Ziegenbär. Geh mal weg Ziegenbär. Da hinten ist irgendwas. Da ist... Nee, nee, nee. Das ist er nicht. Das sind... Mehr... Mehr Ziegen. Nee, das sind auch Wölfe. Würde ich sagen. Wölfe oder... Ziegen? Ziegenwölfe. Der hält mir hier den Arsch frei. Die hätten mich schon lange angegriffen. Ach, den kann ich nehmen. Hier ist ein Dachs. Ja. Hier sind wieder... Ist der Bär verletzt oder... Da ist wieder was. Oh, hier sind aber auch noch ein paar Viecher. Zorniger Bär? Warum zornig? Ach, das ist meiner. Der war im Düden oder was? War der im Angriffsmodus? Hier geht's weiter runter. Ja, ist gut. Warte mal, guck mich mal an. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Kann ich dich? Kann ich nicht streicheln. Der hat gerade Stress, der Junge. Ist ganz aufgeregt. Oh, was ist jetzt passiert? Aus dem Hinterhalt. Ich hab doch da was gesehen. War ich mir doch fast sicher. Machen wir das? Ach, wir machen das. Ach, das geht nur mit Pfeil und Bogen, oder was? Gut. Haben wir ordentlich Fleisch und Haut. Fress mal was. Der hat sich jetzt nicht geheilt. Na gut. Du bist sowas. Und streicheln gibt's auch. Bist braver. So, wir müssen aber den Bären finden und es wird dunkel. Komm. Hier sind Spuren. Wo ist der denn hin? Da unten hin? Auch voll. Kommt der mit? Ja. Mach kein Krawall. Ist das der Bär? Hier hat was laut gegrunzt. Nee. 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 Hier gibt's wieder Fleisch. Ich bin deswegen so ruhig. Weil das ist natürlich echt nerven. Die greifen mich ja auch immer wieder an. Wo sind die Spuren? Hier. Kommt der jetzt wieder her? Komm her! Jetzt ist er weg. Nein, er ist da. Braver Junge. Oh! Oh! Scheiße! Das Vieh ist noch da. Oh, da. Ich kann auch nicht wegkupfen. Ich kann auch nicht wegkupfen. Oh, ich bin gleich tot. Wo ist mein Hund? Ah, scheiße. Ah, scheiße. Er ist tot. Ah! Blödes Vieh. Da war ich zu langsam. Andere Bestie holen. Warte mal. Warte mal. Kann ich die denn... Wo denn dein Bestie im Menü geschickt? Lebt der jetzt wieder? Ja, er lebt wieder. Gut. Von den Toten auferstanden. Jetzt habe ich aber keinen Speer mehr. Glaub ich. Geht das hier jetzt weiter? Warte mal. Doch, ich habe noch Speer. Letzter Speer. Kann man eigentlich auch Speere bauen? Ja. Gut. Ist er bei mir? Oh, hier ist was los. Da. Da ist wieder so ein Nashorn-Fie. Ja, hau bloß ab. Bär greift schnell an. Wo ist Bär? Ist Bär da hinten? Nee, das ist ein Stein. Das sind noch mehr so eine Viecher. Nee, das sind Wölfe. Mein Wolf ist ja bei mir. Was bist du? Südsteinstaub. Brauchen wir auf jeden Fall. Warum brennt da so viel Licht? Das ist nur wieder ein Haufen. Da ist wieder so ein Rhinozeros. Oh, die Nerven, die Viecher. Wo bin ich jetzt überhaupt? Da hinten irgendwo. Ach du Kacke. Süd-Ahrhorn. Hier war noch Schülf. Hier bekommt nichts. Soll ich da an den Viechern vorbeigehen oder was? Muss das sein? Da ist ein Fisch im Wasser. Ich habe keinen Bock auf dieses Tier. Kann man die nicht einfach wegzaubern? Ich schlafe hier in der Nacht. Es haut ab. Da können wir hoch. Ah, es wird Tag. Gott sei Dank. Hier sind irgendwelche komischen Wildschweine. Tapir, würde ich sagen. Wo ist der Bär? Hier gehen die Spuren lang. Da ist mein Wolf. Da hinten sind wieder Spuren. Was bist du? Südstein. Boah, bin ich froh, wenn wir wieder zurück können. Südstein, Staub. Auch voll? Nein, der war nicht voll. Jetzt müssen wir bestimmt in eine Bärenhöhle rein oder so. Da ist ein Beutesack. Starkieferhöhle. Ort entdeckt. Guck mal hier, seht ihr? Oh, ist tief. Seht ihr die Duftspur hier? Die ist doch vom Bären. Finde den Bären. Ich höre ihn. Da ist er. Ist er das? Der hat jetzt gejagt. Haben wir... Köder haben wir auch. Ich weiß nicht, ob das gut ist mit meiner Bestie. Jetzt dabei. Ach, der hat doch was ganz anderes jetzt genommen. Geht er da hin? Ja. Oh, letzter Speer. Boah, das war aufreibend. Ich hab den Bären. So, wo seid ihr jetzt? Bisschen rohes Fleisch. Jetzt geht's mir wieder gut. So, und nun? Finde die Jäger. Okay, das haben wir gut gemacht, ne? Jetzt brauche ich nicht mehr schleichen. Was ist das hier? Ah, das kann ich eh nicht nehmen. Jetzt finden wir die Jäger und dann geht's zurück. Neh mal die hier. Komm, geh mal. Huch. Oh, 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 oh. Hoch. Hoch. Hier kann ich gefahrlos runter, schätze ich. 700 Meter. Oh, geil. Was macht ihr denn da hinten, Leute? Ich renne hier durch das halbe Levelgebiet. So, ich nehme mal Schilf. Das ging ja dann doch besser, als ich dachte. Ah, ich muss nicht alles jagen. So. Wir schwimmen mal schnell rüber. Das geht, glaube ich, schneller. Wenn ich nicht von unten angefressen werde. Ah, das Missionsgebiet wird verlassen. Das Missionsgebiet. Hä? Ach, ich bin bescheuert. Wisst ihr, was das ist? Das ist mein Ding hier. Die sind doch hier in der Nähe. Ach, bin ich blöde. Sind die etwa hier in der Höhle? Nee. Wo sind die? Was ist das da eigentlich? Oh, Checkpoint. Habe ich sie gefunden? Oder was bedeuten... Da, 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 da. Was war das jetzt? Helfen die mir jetzt? Ah, schön. Wir haben... Sie hat sich unserem Dorf angeschlossen. Hier oben ist auch gleich noch eine Mission. Was ist das? So, Schnellreise ist auf der Karte verfügbar. Öffne die Karte. Boah, hier ist noch ein Lager. Guckt mal, wo wir überall dran vorbeigerannt sind. Wahnsinn. Hier ist auch ein Lager. Ringwall, Außenposten. Oh, das wird ein großes Gebiet sein hier, schätze ich mal. Ne, doch nicht so. Ich werde mal zurück nach Hause. Schnellreise machen. Dann will ich mal gucken, ob ich noch irgendwo... Aber ich glaube, mir fehlen noch Leute, ne? Ach, seht ihr, jetzt ist alles wieder da. Gut. Geht doch. Was fehlt uns denn? Sowas fehlt uns immer. Voll, voll. Voll, 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 voll. Ah. Voll. Voll, 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 voll. Voll. Ne. Ah, die finden wir auch. Gut. Zurück. Bevölkerung 30. Dachsfälle brauchen wir noch. Wie viel Bevölkerung haben wir denn jetzt? 30. Hm. Ich glaube aber, sie wollte mehr, ne? Bevölkerung. Ne? Sie wollte 40. Mir fehlen da auch noch Mammuthaut. Und er da hinten wollte auch mehr. Na, egal. Wir gucken mal ins Menü. Fähigkeiten. Ein Pünktchen. Was haben wir denn noch so? Da brauchen wir überall mehr Punkte. Andere Rohstoffe werden angezeigt. Für die Wiederbelebung deiner gesehenten Bäschen werden weniger rote Blätter benötigt. Ah. Du durchsuchst, geht er automatisch, wenn du einen Takedown durchführst. Ah. Aber dazu muss ich das erstmal machen, denke ich mal. So. Oder kann man das auch durcheinander machen? Macht nichts. Wir werden noch genug Fähigkeitspunkte kriegen. Aber ich werde jetzt mal was anderes machen. Nach dieser langen Reise. Hallo. Oh du, ich guck mich erstmal in meinem Dorf rum. Wir haben jetzt 30 Leute hier. Noch so ein Knirps. Was ist das hier? Ah. Das ist ein Rhythmus, wo man mit muss. Das sind die Jäger. Da gehe ich jetzt nicht hin. Ich will jetzt keine Mission starten. Was machst du hier? An meinem Höhleneingang. Die Kinder haben Angst vor mir. Ich spiele wieder Flöte, aber das klingt traurig. Na gut. Also mein Dorf wächst und gedeiht. Wie man sieht. Und ich werde mich mal ein bisschen schlafen legen. Wenn das geht. Jetzt ist auch alles wieder da. Aber ich weiß nicht, was das war. Warum das weg war. Na gut. Ich lege mich schlafen und wir sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Denn danke schön fürs Zuschauen. Tschüss. Oh. Natürlich bis zum Morgen, Raun. Oh. Endlich hinlegen. Ja. Oh. Oh. Jetzt Scheiße. Es sieht aus. Ai, doch. Ja. Oh. 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 Oh.